So, schauen wir uns das mal an. Ich muss gegen GP. Es fühlt sich an wie schon mal von einer Zeit lang. Da war jeder Champion, gegen den du Toplane spielen musstest, GP. Jedes Mal. GP, 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 GP. GP ist im Moment auch einfach wieder ein Champion, der sehr, sehr stark ist und sehr oft in League auftaucht, Toplane. Mag an der LCS liegen, dass der Moment wieder so oft gespielt wird. Ich weiß es nicht, aber es ist ein Neugen, muss ich ganz ehrlich sagen. Dann haben sie den Vayne. ADC auch scheiße, muss man ganz ehrlich sagen. Ich hasse Vayne. Vayne ist ein richtiger Cancer Champion für Joe, wegen diesem True Damage. Bringt mir meine. Und natürlich auch noch prozentualen Damage, den Vayne macht. Abhängig von den Leben, die du hast. Für Joe absolut kill. Kannst komplett vergessen. Vayne rasiert dich wie Butter. Der geht durch dich durch. Da könnte ich mir sogar noch 1000 Armor bauen. Und die wird trotzdem durch mich durchgehen, wie durch Butter. Das ist das Problem. Naja. Ich kann mir nur hoffen, dass der Kha'Zix das irgendwie gehandelt bekommt. Ich glaube, von den letzten 8 Games habe ich bestimmt 7 verloren. Das ist heftig. Im Moment im Norm, im Solo Queue, Ranked Solo Queue, so viele Trolls und Witzbollen unterwegs, die, keine Ahnung, so leicht aggressiv werden, so leicht getiltet werden. Ich habe im Moment gerade wieder das Gefühl, dass das wirklich der absolute Abschaum League spielt. Also, manchmal beherrschen sich die Leute nicht mal ein kleines Stückchen. Scheiße. What? Denk ich, ein scheiß Tower hat hier. Ich hab mich, ein scheiß Tower hat hier. Und keine Potions mehr. Und keine Potions mehr. Good job. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Das war's für heute. Bisschen Angst, dass da gleich Bot-Line was passiert. Deswegen TP ich nicht in die Top-Line. Bisschen Angst, dass da gleich Bot-Line was passiert. Bisschen Angst, dass da gleich Bot-Line was passiert. Bisschen Angst, dass da gleich Bot-Line was passiert. Bisschen Angst, dass da gleich los. Bisschen Angst, dass da gleich los. Bisschen Angst, dass das drauf ist. Good job! Was ist ein Hika? Ah, there he is. Was ist ein Hika? Was haben wir denn überhaupt gelassen? Jo. Na, von mir aus. Eigentlich mag ich den ja nicht so gerne. Ja. Wenn's läuft, beschwert sich immer niemand. Und wenn's nicht läuft, sind alle immer schuld. Hauptsache, man findet irgendeinen Schuldigen. Die beschwert sich niemand, dass ich Jo mit dem scheiß Hextech-GLP anfange und nicht mit Randoins. Ah, es ist einfach nur ein Neueng. Aber dieses Spiel sieht ja auf jeden Fall jetzt erstmal besser aus. Syndra ist gefeedet, Kha'Zix ist gefeedet. Gut. 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 euch das Gehe-Grehe-Grehe. Gut gefühlt. Gut. oh god ich hab den falschen geultet aber egal hätte eh nicht gereicht ich hab den falschen gegründet Das war's für heute. Und slow, slow, slow. Nope. Ich geh back. Ich muss unbedingt noch stacken, ich hab noch 2 Stacks frei für Minions oder Jungle Adds. Das war's für heute. Nice. Auch wenn ich gefällt habe. Oh. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Was zur Hölle macht die Janna denn da jetzt? Was macht die Vayne da? Und was macht der Kasex da? Was ist jetzt los hier? Kinder Ich schnapp mir jetzt gleich die Vayne An enemy has been slain An ally has been slain Wohin Wohin Was hat die Vayne da? Oh Oh maybe Ich schnapp mir jetzt zu mir Ja, auch keine Chance gegen den Kha'Zix. Ich hab schon vier Champions-Taxe, das ist heftig! Heftig, heftig. Mal gucken, wie wir das noch hinbekommen. Ja, auch keine Chance gegen den Kha'Zix. Ja, auch keine Chance gegen den Kha'Zix. Fuck me! Der ist zu schnell, der kommt weg. Ja, auch keine Chance gegen den Kha'Zix. 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 Ja. Ja, auch keine Chance gegen den Kha'Zix. 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 What the fuck? Zu Ende hier. Das ist mir nicht aufgefallen, dass die Musik ausgegangen ist. Das war's für heute. 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 Was konnte denn der Kha'Zix gegen den Links verlieren? Das war's für heute. Das war's für heute. Alter, wie konnten denn zwei Leute gegen den Heka verlieren? Alter, heftig! Heftig, 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 heftig. Ei, 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 dieses Spiel können wir noch so leicht verlieren. Wir haben das so unfassbar gerade. Wir haben das so unfassbar gerade. Wir haben das so unfassbar gerade. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Nice, good job Alter, heftig, das hätten wir noch verlieren können Das hätten wir noch verlieren können Ui, 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 ui Meine Güte Ja 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 Ja